In diesem Tutorial werden wir uns anschauen, wie man mit Hilfe des Gauss-Verfahrens lineare Gleichstellungssysteme mit unendlich vieler Lösungen auswerten kann. Als erstes zu der Problematik. Wie kann man überhaupt erkennen, dass ein linearer Gleichstellungssystem unendlich viele Lösungen besitzt? Schauen wir uns das erste Beispiel an. Wir haben ein linearer Gleichstellungssystem mit drei Zeilen und drei Unbekannten. Unser Ziel ist zuerst, dieses lineare Gleichstellungssystem mit Hilfe des Gauss-Verfahrens in die sogenannte Stufenform zu bringen. Gehen wir davon aus, wir haben das bereits erledigt. Dann wird das Ganze wie folgt aussehen. Und an dieser Stelle sollte uns auffallen, dass eine der Zeilen, in diesem Fall die letzte Zeile, eine Nullzeile ist. Das ist ein klarer Hinweis, dass unser linearer Gleichstellungssystem unendlich viele Lösungen besitzt. In einem weiteren Beispiel haben wir ein linearer Gleichstellungssystem mit zwei Zeilen und drei Unbekannten. Auch hier an dieser Stelle können wir uns vorstellen, dass die dritte Zeile eine Nullzeile ist. Daher auch das klare Hinweis, dass dieser linearer Gleichstellungssystem unendlich viele Lösungen besitzt. Wie das Lösen dieser linearer Gleichstellungssysteme funktioniert, werden wir gleich in den nächsten zwei Beispielen sehen. In unserem ersten Beispiel werden wir uns das lineare Gleichstellungssystem anschauen mit drei Zeilen und drei Unbekannten. Natürlich ist unser erster Ziel, die sogenannten Stufenformen zu erreichen. Das bedeutet, alle Elemente unter dieser Hauptdiagonale Null zu bekommen. Zuerst hier, dann hier und am Ende hier. Dafür benutzen wir ausschließlich das Additionsverfahren. Für den Anfang sieht das sehr gut aus. Hier oben steht in der ersten Zeile minus 5x1 und plus 5x1, also bei madierenden zwei Zeilen, fällt dieser x1 dann raus. Wir schreiben zuerst unverändert die erste Zeile auf. minus 3x3 ist gleich 7 und dann zählen wir die erste und die zweite zusammen, also an dieser Stelle 0, dann minus 2x2, minus 4x3 sind dann minus 4. Im gleichen Schritt können wir auch noch hier eine Null bekommen. Das machen wir mit Hilfe der ersten Zeile. Wir multiplizieren dafür die dritte mit 5 und addieren es mit der ersten. Dann haben wir entsprechend hier minus 5x1 plus 5x1, das ergibt 0. Dann oben x2 plus 0 sind dann nur x2. Und beim x3 haben wir minus 3 plus 5 sind 2x3. Und das Ganze ist dann 7 minus 5 sind 2. So, um hier noch eine Null zu bekommen, benutzen wir die zweite Zeile. Da haben wir eine minus 2, deshalb bräuchten wir unten eine plus 2. Aus diesem Grund multiplizieren wir die dritte Zeile mit 2 und addieren es mit der zweiten. Dabei werden jetzt die ersten zwei Gleichungen sozusagen oder Zeilen komplett abgeschrieben. Das ist gleich 7, die zweite lautet dann minus 2x2, minus 4x3 ist dann minus 4. Und dann zählen wir die zweite und die dritte zusammen. Minus 2 plus 2 ergibt natürlich 0. Minus 4 plus 4 auch 0. Und minus 4 plus 4 ist wieder gleich 0. Da ist unsere Nullzeile. Das bedeutet, wir haben unendlich viele Lösungen. Um diese Lösung genauer anzugeben, muss man an dieser Stelle ein Parameter einführen. Mathematisch gesehen ist die Wahl des Parameters absolut egal. Also wir können entweder für x2 oder für x3 ein t wählen zum Beispiel. Allerdings, im praktischen Sinne ist es wichtig, dass man den Parameter an der Stelle wählt, wo die größte Betragszahl davor steht. Das bedeutet, hier steht die minus 4. Die Betragszahl heißt dann 4. Und durch diese Wahl vermeidet man bei den meisten linearen Gleichsysteme Brüche. Also Lösungen, die Brüche sind. An dieser Stelle sagen wir dann x3 ist gleich t. t Element von r. Und somit zählt die erste Lösung als bekannt. Das können wir dann in der zweiten Zeile nutzen, um x2 zu bestimmen. Also, entsprechend haben wir dann minus 2x2, minus 4t, sind gleich minus 4, bringen dann die vierte rüber und haben dann minus 2x2, ist gleich minus 4 plus 4t. Am Ende nur noch geteilt durch minus 2. Somit ist x2 dann 2 minus 2t. Und das wäre schon unsere zweite Lösung. Um die dritte Lösung zu bestimmen, also x1, könnten wir beispielsweise in der ersten Zeile einsetzen. Allerdings sollte uns auffallen, die dritte Zeile ist deutlich besser dafür geeignet. Also vom Aufbau her deutlich leichter. Deshalb können wir auch in die dritte Zeile einsetzen und sagen, x1 plus t ist gleich minus 1. Indem wir t rüberbringen, haben wir dann x1 ist gleich minus 1 minus t. Und damit ist die letzte Lösung auch da. Zum Schluss das Ganze nochmal sauber in eine Lösungsmenge darstellen. In der richtigen Reihenfolge zuerst x1, also minus 1 minus t, gefolgt von x2, 2 minus 2t und die letzte Lösung x3. Natürlich t auch hier Element von r. Bei diesem zweiten Beispiel werden wir uns ein lineares Gleichsystem mit zwei Zeilen und drei Unbekannten anschauen. Wir haben bereits am Anfang besprochen, in diesem Fall kann man sich das Ganze so vorstellen, als gäbe es noch eine dritte Zeile, die eine Nullzeile ist. So, trotzdem müssen wir das LGS in die sogenannte Stufenform bringen. Das können wir entweder klassischerweise hier an der Stelle erzielen oder noch besser in diesem Fall, man merkt, hier steht minus 2x3 plus 2x3. Das würde dann beim Addieren rausfallen. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt es bereits verstanden, dann könnt ihr an dieser Stelle auf Pause drücken und es selbst versuchen zu lösen. Für alle anderen Fälle rechnen wir jetzt weiter. Also, ich werde die ersten zwei Zeilen miteinander addieren. Das bedeutet, die erste Zeile wird unverändert übernommen. Minus 2x3 ist gleich 2 und dann zählen wir die erste und die zweite zusammen. Dann haben wir 2x1 plus x2 sind dann gleich 3. So, die Nullzeile unten können wir uns natürlich schenken. Um damit wir weiterrechnen können, brauchen wir natürlich für eine dieser x ein Parameter einzuführen. Geschickter wäre es, an dieser Stelle für x1 t zu wählen mit t Element von R. Damit zählt das schon als erste bekannte Lösung und wir nutzen sie, indem wir sie hier einsetzen und x2 bestimmen. Damit meine ich 2t plus x2 sind gleich 3. Wir bringen 2t rüber mit minus 2t. Somit haben wir bereits unsere zweite Lösung für x2. Die letzte Lösung für x3 finden wir raus, indem wir diese zwei Lösungen in der ersten Zeile einsetzen. Also, 3t minus 2 mal 3 minus 2t minus 2x3 sind gleich 2. Wir lösen die Klammer auf und fassen zusammen. 3t minus 3t minus 6 plus 4t minus 2x3 sind gleich 2. Die 6 können wir schon rüberbringen mit plus 6 und die t zusammenfassen. Damit haben wir 7t minus 2x3 sind dann gleich 8. Entsprechend minus 7t minus 2x3 sind dann 8 minus 7t geteilt durch minus 2. Und dann haben wir 8 durch minus 2 sind minus 4. Und minus 7 durch minus 2 sind 7 halbe oder auch 3,5t. Damit hätten wir auch die letzte Lösung. Dann nur noch die Lösungsmenge am Ende sauber hinschreiben. Das bedeutet in der richtigen Reihenfolge. Zuerst x1 gefolgt natürlich von x2. Und am Ende noch den Wert von x3. Zum Schluss, wie immer, ein paar gut gemeinte Hinweise. Als allererstes, wir erinnern uns, die Wahl des Parameters kann die Rechnung stark vereinfachen. In den bereits gelüsten Beispielen habe ich immer darauf hingewiesen, man soll für dasjenige x-M-Parameter wählen, das die größte Betragszahl davor hat. Auch sehr wichtig ist, neben der Wahl des Parameters, die Art, wie man das LGS umformt. Abhängig davon, wie man das LGS umformt, bzw. für welcher x man den Parameter wählt, kriegt man immer verschiedene Lösungen raus. Damit ist gemeint, wenn der Lehrer zum Beispiel auf eine andere Weise das lineare Gleichsystem löst, bzw. für einen anderen x den Parameter wählt, wird er natürlich andere Lösungen in Abhängigkeit von t haben. Das bedeutet nicht zwingend, dass ihr etwas falsch gemacht habt. Diese Art von linearer Gleichsysteme mit unendlich vieler Lösungen sind sehr wichtig für verschiedene anwendungsorientierte Aufgaben bei den Vektoren, sowie in dem Bereich der Analysis. Und, nicht zuletzt, ist natürlich, dieser Fall ist natürlich der interessanteste Fall beim Lösungen von linearer Gleichsysteme. Mit interessant meine ich natürlich der aufwendigste Fall, deshalb sehr beliebt beim Klausur- oder Abituraufgaben.